So, schauen wir mal an hier, wer ist der? Ach, Bild und Fledermäuse, ich verstehe. Focast Painting. Er wisst, Scatterbine, ist ziemlich ordentlich wirklich. Kannst du ja ruhig machen, kann mir auch ein bisschen verwirren, wenn du willst. Aber ist mir eigentlich relativ egal hier. So. Okay. Er wisst. Noch mal Scatterbrain. Er wird da jetzt auch. Auch kein Problem, es bleibt eh nur einer übrig. Wer angreifen soll, greift man sich der Rapper nur an. So. Er wisst. Oh, ne Truhe hinterlassen, na ne, wie nett. Wie nett ist das denn, nette Aufmerksamkeit, he? Ha. So. Okay. Bauntig viel natt. Na ja, haben wir ein Paar zum Aufverdient hier. Immerhin. Aber nicht so viel Geld jetzt leider, he? Na ja. Ah. Confused. Hier ist man auch wieder confused. Ich achte jetzt mal drauf. Ganzes Spiel ist drauf geachtet, aber... Hier heißt das irgendwie immer anders. Es ist total bekloppt. Also immer anders heißt. Im Menü und im gegnersten Spiel, so. Ah ja. Ihr seid, ihr seid das. Na ja. Euch nehm ich mir auch mal... vor. Ihr seid nämlich... vielversprechend. Als Gegner. Bisschen stärker und so. Komm her! Komm her! Ihr habt wisst. Ihr habt wisst dahin. So. Okay. Tech Combine Mother Moon. Oh ja, bist. So. Automatisch 2, he? wenn du wehren sollen auch nicht so schlimm der Wichter ja die Krieger einfach eine gute Sonne ich hielt die gut noch kein Erfolg okay wieder ein bisschen verdient haben Mario hat das Geld holen ich will es noch zu und die restlichen ja ein kampf noch dann haben wir das ja ein kampf auch ich mache ich ja jetzt werde nicht vorher auf so erwähnt der bis 77 ja also auch schon ordentlich ja das ist schon ordentlich was der an der wind hat der können vielleicht auch 99 werden tatsächlich wie ja noch nicht die anderen level nicht so hoch keine sorge aber wie ja ich glaube nächstes mal ein bisschen leveln gehen um das geld verdienen und so weiter ein paar sachen noch zu kaufen hier mal alleine klein kriegen nur darf man verknüpft ja er reicht nicht ganz fach die bergte machte das wort und machte das vor der herrn wo an Wollen wir ihn mal hinkriegen. Ja, die liegt immer noch. Das Ding. Meine Güte. Kein Glück, ha? Erwischt. Ha! So kann's gehen. Super. So, jetzt haben wir das Geld. Was wir haben wollten. Können wir hier rausgehen. Gucken, was wir dafür kaufen können von uns hunderttausend. Ist nämlich leider nicht so viel. Leider, wie ich ursprünglich erhofft hatte. Wir finden ja hunderttausend mehr. So. Aber können wir ihn mal nicht ändern. Haben halt irgendeinen Typen da nicht gekriegt, der uns jetzt abgezogen hat. So, gehen wir jetzt hier raus. So, und ich geh jetzt Richtung nach Hause. So. Kommt noch mit, ja? Alle dabei? Hehehe. Nicht den Big Bull, aber hängen bleiben. So, dann gehen wir mal jetzt noch. Gehen wir wieder Emma nach... Ja gut, Emma können wir ja... Ähm, so shoppen gehen. Dann werden wir gleich die Party umstellen. Dann werden wir nochmal den Twist ziehen. Dann werden wir nochmal unten shoppen gehen. Und dann... Ja. Dann werden wir eigentlich aufhören erstmal. Weil ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal... Level, nehm ich an. Und bisschen Geld verdienen noch für die ganzen restlichen Sachen. Ich werde noch brauchen. So, komm her. Oh, lieber. Weil die ich haben will, ich will ja alles kaufen einfach. Ja, ich bin einfach so süchtig danach nach... nach Geld und so. So. Ja. Das ist... Ich hab's hier, dass ich winkt noch. Okay. So, hallo. So, ähm, wir gehen jetzt einmal zum Shop. Ist das doch hier schon, ne? Ist das nicht der? Ja. Genau. Okay. Hallo. Oh, everyone. Welcome. I will give you good service. Ja. Können wir davon kaufen. Das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Das brauchen... Können wir auch noch kaufen. Das brauchen wir auch nicht. Das können wir kaufen. Das können wir noch kaufen. Das können wir noch kaufen. Ah, wie viel brauchen wir denn noch, ey? Ach, so viel ist das gar nicht mehr. Ah, lauf mal. Können wir... Rüstung für Airway vielleicht. Natural Outfit. So, jetzt sind wir noch zum Playtrip. Ja. So. Können wir mal... Rüstung. Equipment. Natural Outfit. Ja. Bring nochmal zusätzlich. Ja. Haben wir ihn gar nicht mehr nötig. Ich weiß. Aber... So. Verkaufen. 4. 24.000 kriegen wir dafür. Ok. Was genau... Was genau fehlt uns denn jetzt noch? normal ich das große system für 130.000 das love mike für 100.000 also 230.000 dann noch 66.000 noch dazu also 262.000 zusätzlich ok 160.000 ja und ich glaube ich glaube ich glaube für open epros kann man auch noch was kaufen in anderen orten 100.000 kostet da Zeit ne also mal nach 250.000 ungefähr müssen wir mal zusammensammeln beim nächsten mal haben wir nicht was zu tun ja 55.000 warte mal nein ich will hier was kaufen und zwar obwohl ich könnte mal so kaufen hier die inferno pants ja hier mal die inferno pants auch mit bei dann brauchen wir nur noch das love bike für 100.000 dann eine ghostless system 130.000 haben wir 230.000 und dann noch 2500.000 brauchen wir trotzdem also wird ne ordentliche geldaktie beim nächsten mal ähm naja so jetzt muss ich mal kurz schauen ja ich wollte mich ja die party musik wieder umstellen mindestens mal auf dem grün eh keine rolle eigentlich what are you saying why are you saying we were at night what it's ok now ok what hey party members vergesse ich das nämlich big person level 55 der muss eigentlich gar nicht gelevelt werden aber nächstes mal müssen eigentlich kissing und epods unterwegs sein ja deswegen nehm ich mal jetzt kissing mit so equipment ähm so equipment inferno pants defense und agility geht hoch can endure even the hottest set of battle ja ok so equipment natural outfit so natural you won't even feel it ja gut so können wir nochmal die party ändern also staying nochmal party wechseln ja nehmen wir mal kissling und epos also members ok ja aber eigentlich haben wir ja zweimal dieselben aber egal ähm müssen auch entsprechend gelevelt werden bis müssen wir auch noch machen dann leveln bis wo ist ja linda linda ist jetzt level 62 heißt eigentlich im jahrfall bis level 62 aber ja wir werden es ja dann sehen so ich gehe wieder zurück zum shop nochmal ums wieder umstellen dann gehe ich gleich nochmal nach twisty auch noch haben wir also ordentlich beim nächsten mal viel viel zu verdienen so so 19.000 kriegen wir damit immer hin zurück mal hin 15.000 nochmal jetzt ach ich wollte noch was kaufen wie die hier eine wir haben wieder zehn stück so dann fehler 30.000 dann muss rein und für den ganzen rest dann müssen wir aber nächstes mal 500.000 sammeln ey viel Spaß das vielleicht werden wir doch allgemein alle leveln vielleicht auch können die auch sein wenn das weil es so relativ viel geld ist was wir beim nächsten mal machen wollen so können wir den beiden mal los hier gut eigentlich sind wir jetzt nicht gut aber die kämpfen werden wir jetzt nicht hier durchführen zumindest hier jetzt nicht mehr so aber ich will alles vorbereiten für nächstes mal weil wir bereit sind so 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 viel haben wir hier gar nicht ausgegeben glaube ich ah nein ich will dahin zum ort ach so ein kampf hier was soll das denn ach grottchen ja von wegen keine kämpfe mehr ja sieh mal an so rb greif mal den elefant an so healing bunny ja viel Spaß damit passt schon so ok so holy dwein was wird das denn denn was wird das denn denn wenn er fertig ist so jetzt nochmal weg ach ja also ich nehme ober drive lohnt sich jetzt nicht aber hätte noch mehr nehmen sollen aber egal wir kriegen das denn hin so ich war zu schwach dafür um die in den klan zu kriegen gesee diese kaninchen meine goethe sind sie schwer so dann treffen sie auch nicht meine goethe hör doch nicht so schwer sein ach ja was wird das denn wenn er fertig ist ach die treffen die nicht nicht an die sei wahr sein ey was soll das denn nicht verarschen ich mach nur alles alleine hier so also das gibt's doch nicht das ist halt Kaninchen nicht platt ja da merkt man schon dass wir ordentlich noch zulegen müssen also Kaninchen zu ja für Kaninchen zu schwach leider diese beiden hier das wird jetzt mal schwieriger als dort drinnen werden ach du meine güte so 1200 einmal hin sie sind zulässig Geld kassiert so na jetzt geh ich wieder trotzdem rein was macht los denn eigentlich da katie ist es Abby bitte komm her ja es sieht ein bisschen schrecklich ja in der tat so okay ach so so if you are still able to you better go back to the world I don't know how but I would sure like to so ähm wir kaufen wir jetzt noch ein paar Sachen also wir brauchen das Geld gar nicht mehr meine Güte sind wir ziemlich arm dran wir wollen ein paar Nüsse kaufen das ist immer nicht so viel Geld das auch nicht so habe ich noch gar nicht so viel gebraucht äh mega Charme ja komm her die tausende sind es auch nicht sag mal haben wir jetzt 50 davon die brauchen wir nicht so so okay wir gehen jetzt wieder zurück ich will dann überlegen ob wir ob ich nicht lieber Big Bull nehmen so mitnehmen soll an das Start eh brauchst aber ach wir kriegen das noch hin wir werden es ja sehen beim nächsten Mal aufhören wir mal die Party umstellen wenn es nicht klappt so wieder zurück ja ausgerüstet für nächstes Mal ähm und zurück ja nächstes mal viel 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 Geld sammeln das ist unsere Aufgabe so wird noch ein paar Stunden dauern ha 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 vermutlich aber ich will das halt so okay okay uh wir wollen da hin alles klar so welcome are you staying while you are staying beware at night what it's okay now okay what das ist einmal rasten make yourself at home so okay good luck welcome are you staying while you are staying beware at night what it's okay now okay what ja ja immer dasselbe please fill it in please fill it out sag ich dazu ja okay also wir haben wir jetzt ja die Warglery komplett erkundet das heißt Storytechnik kommt nicht mehr so viel nur noch der Bosskampf aber bevor wir das machen werden werde ich hier nochmal wie gesagt einmal leveln beim nächsten Mal bisschen mehr Geld verdienen um alles zu kaufen und danach werden wir nochmal ja bisschen rumreisen über die ganze Welt und einfach nochmal die Sachen nochmal alles abzuklappern vielleicht nochmal neue Gesprächsthemen oder was zu suchen und ein paar Aufgaben noch zu lösen wir müssen noch eine Aufgabe noch erledigen die wir noch offen haben boah abschließend im Grunde ja weichen einmal ab und ja aber das ist halt mein übernächsten Mal erst mein nächstes Mal wie gesagt geht es weiter mit einer Level Episode bzw. Geld Episode ist bei mir ist dasselbe im Grunde also mit längeren Folgen noch zum Abschluss kurz vor dem Ende quasi und ja das war's mit dieser Aufnahme Session deswegen ja danke fürs Zusehen ich hoffe ihr habt euch Spaß naja denkt nur auf Feedback und ja bis zum nächsten Mal mal